ARD Text im Auftrag von Funk Will, will, ich räum mir ein bisschen auf Vergiss es, du kannst bei mir zuhause aufräumen Mir nicht Hast du sie noch alle? Willst du mich verarschen oder was? Ich darf hier keine Waffe tragen Ich darf hier keine Zeugen ausquetschen Alles klar, Mädels? Ja? Darf ich überhaupt irgendwas? Nada Ihr Autoschlüssel Ach nö, ein Twingo? Das ist meiner, steiger Das ist deiner? Bei Miami Vice hätten die so ne Kiste nicht mal angefasst Das ist mein Detail Ich weiß nicht, ich hoffe, ich werde das mal